Hallo Paulina Hallo Paulina Nein, du sagst Hallo Umar Hallo Umar Heute machen wir ein Video und ich spreche etwas auf Pasto oder Urdu und dann musst du wiederholen Okay? Okay, los geht's Nummer 1 ist Dil Dil Pakistan Dil Dil Pakistan Gut, gut gemacht Nummer 2 ist Gub Surat Gub Surat Gub Surat Gub Surat Gub Surat Das ist schwer Versuchen Gub Surat Gub Surat Gub Surat Gut gemacht Wunderbar R claw Zeug Scher CM Scher CM Scher CM Scher CM Scher CM Scheer CM Scher CM ich Scher CM Okay, und Jachni. Jachni? Jachni ist ein Soup von Hühnefleisch. Ja. Jachni. 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 Jachni ist auch kalt, gell? Okay, und jetzt Waskat. Waskat. Du hast. Okay, und ja, was haben wir? Botel. 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 Botel ist ein Dumm. Okay, nochmal. Botel. Botel. Ja, gut.